Ich finde Verbrechen so wunderbar unterhaltsam, Sie nicht? Busfehl, der wütet weiter! Was ist geschehen? Offenbar sind in diesem Teil der Stadt mehrere Menschen verschwunden. Der Täter wird am Ende immer geschnackt. Vielleicht möchte einer von Ihnen versuchen, ihn aufzuklären. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Was ist passiert? Die Zeitungen schreiben nur noch über Two Pennys Ermordung. Nutzen Sie Ihre Kräfte, um tiefer zu graben. Mal sehen, was Sie finden. Was gefunden? Oh je, das sieht überhaupt nicht gut aus, oder? Das ist für die Spieler.